Hey, das ist ein OP-Code-Abflug, oder? Ja! Willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge Skywars und heute mit einem weiteren Kit. Und das hier ist ebenfalls, wie ihr wisst, Leute, das zweite Video. Deshalb könnt ihr wie immer gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Was war das denn wieder? Das würde mich natürlich wie immer freuen. Und ja, dann sehe ich auf jeden Fall auch, dass ihr Bock habt, immer auf zwei Videos am Wochenende. Vielleicht noch mal innerhalb der Woche, da ich ja jetzt auch Ferien habe. Und ja, jedenfalls, Leute, wir spielen heute mit dem Kit Zauberer. Und was das ganze Kit kann, sehen wir schon hier. Er hat folgende Ausrüstung. Und zwar hat er halt 16 EXP-Flaschen und ein Enchantment-Table. Und da kann ich eigentlich sagen, das ist so ein Kit, was eigentlich schon krass ist. Also, ich meine, man hat halt direkt die Möglichkeit, seine Sachen zu verzaubern. Und wenn man so bedenkt, dass man sonst die Sachen nur, soweit ich weiß, Leute, jetzt nicht irgendwie ausrasten, dass man sonst seine Sachen halt am schnellsten in der Mitte verzaubern kann, ist es auf jeden Fall schon ein krasser Vorteil, den man auf jeden Fall gut ausnutzen kann. Und den ich auch ausnutzen werde, soweit wie möglich. So, dann haben wir ganz flott weg damit. Das Rollschwert ist besser. So, einmal ganz kurz nach unten. Vielleicht haben wir hier nochmal Glück. Leider nicht, leider nicht. Ich hatte gehofft, dass ich hier vielleicht eine Enderperle bekomme, aber das war ja wohl ein Flop. So, dann hier. Ähm, jedenfalls können wir jetzt einmal ganz schnell die Sachen verzaubern. Damit meine ich zum Beispiel, wir können uns jetzt einmal ein Diaschwert craften. Das können wir halt direkt verzaubern. Und das ist, wie ich finde, schon ein großer Vorteil. Ähm, so, hier. Dann rein damit. Und sogar direkt Charm ist drauf. Das ist gut. Und jetzt wäre ich eigentlich schon bereit, um rüber zu rennen. Ich kann jetzt sogar, just so fun, einfach die anderen Sachen verzaubern, weil ich halt weiß, ich habe immer einen Enchantment-Table dabei. Zumindest wenn ich ihn halt mitnehme, ne? Und so, ich mache jetzt einfach eine Holzspitzhacke, weil ich halt keine gute Spitzhacke brauche. Ich möchte ja nur den Table mitnehmen, also den Enchanter. Und ich tue mal so, als würde ich den Kollegen jetzt hinter uns nicht sehen. Warte mal, vielleicht kommt er jetzt so. Okay. Kommt rüber. Dann schaue ich mich nochmal ganz kurz um vor. Und ist... Okay, er ist auch drüben. Das heißt, ich kann rein theoretisch... Folgendes, Mann. Ich gehe jetzt einfach mal schon mal langsam rüber. Tun wir so, als würde ich ihn jetzt nicht sehen. Und dann... Ich will ihn nämlich verarschen. Am besten möchte ich ihn dann in die Spinnnetze reinkloppen, wenn es dann erfolgreich sein sollte. Boah, es wäre so geil, wenn ich das schaffen würde, ihn jetzt hier irgendwie in die Spinnnetze reinzukloppen. Boah, bitte, 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 bitte. Nein! Das hat nicht geklappt. Na, ich muss ihn leider runterdroppen. Obwohl. Okay, gut. Der ist am wenigsten nicht gestorben, da kann ich mir den Stuff nochmal holen. Ähm. Ja, mein Plan war es eigentlich, den irgendwie in den Spinnnetze zu locken, weil ich dann halt einfacher, ähm, den hätte töten können, weil er dann... Weil ich wäre dann natürlich unten und er wäre dann halt oben. Das wäre dann eigentlich ziemlich nice gewesen. Aber egal. Das ist auch nicht so schlimm, wie ich ihn jetzt gedötet habe. So, und jetzt einmal gucken, was wir gebrauchen können. Das nicht. So, dann mache ich mir nochmal ganz flott eine andere Spitzhacke, die eventuell ein bisschen besser ist. Zack, hier. Die ist dann noch ganz vernünftig. Eisen brauchen wir sowieso eigentlich in der Regel nicht. Aber, naja, gut. Dann sind wir jetzt schon mal teils ausgerüstet. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt schon mal rüber. Ähm. Vier. Fünf. Perfekt. Dann sollte sonst jetzt nichts mehr im Wege stehen, dass wir da jetzt nicht rüberkommen. Den Enchanter brauchen wir jetzt eigentlich nicht in der Hotbar. Aber, naja, sechs Spieler leben auch noch. Deswegen sollten wir uns mal beeilen, dass wir vielleicht noch ein paar gute Kills hinlegen. Okay, die bauen sich schon rüber. Also, die sind schon etwas weiter, wie es aussieht. Ja, doch. Da sehe ich schon... Baut er sich sogar in die Mitte, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Ähm. Fünf. Fünf und C. Gleich mal mal so. Dann kann ich ihn direkt in die Lava droppen. Okay, er baut sich rüber. Ich hoffe mal, dass er keinen Schneeball hat, oder sowas. Das wäre sehr ärgerlich. Und, Leute, er ist einfach runtergeflogen. Läuft bei ihm. Hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Und ich hätte eigentlich den Kompass nicht wegschmeißen sollen. Fällt mir jetzt erst auf. Das ist eher so eine gechilltere Runde, muss ich sagen, weil sonderlich viel passiert hier ja gerade nicht. Sonst habe ich hier mal Full Dia und sowas, aber jetzt gerade? Hm. Ist halt ein bisschen entspannter, ne? Ach, der ist auch in der Mitte, der Kollege. Okay. Der ist dann also auch in der Mitte. Jetzt hat natürlich die Frage, wo der Nächste ist. Ob ich jetzt echt schon in die Mitte rennen soll. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, in die Mitte zu rennen. So, schauen wir mal. Okay, da hinten habe ich einen gesehen, im Augenwinkel. Ja. Gut, dann sollte ich da mal rüber rennen. Ist hier noch was in der Kiste? Aber man sollte halt am besten immer die Kisten auschecken, bevor man rüber rennt. Ist ja klar. Kann ja sein, dass hier keiner gespawnt ist auf der Insel. Dann hat man die Sachen noch in der Kiste drin. Los, beeilen. Okay, er ist noch nicht da. Alles safe. So, dann können wir jetzt hier rüber. Und hier ist noch ein Wassereimer. Hä, wo ist er denn? Oh, Palute. Oh, okay, gut. Dann haben wir jetzt nochmal ein paar Dias bekommen. Und aus den Dias machen wir uns jetzt nochmal eine schöne, schmackhafte Hose. So, dann können wir die ganze Sache hier auch nochmal verzaubern. Also die Hose. Und da haben wir Protection drauf. Sehr nice. Und können ihn anschließend wieder abbauen. Seht ihr, Leute? Das meine ich. Und das ist echt praktisch. So, dann natürlich den Rest aussortieren, was man nicht brauchen kann. Und das können wir zum Beispiel noch vereinen. So, okay. Der andere Kollege. Wir haben leider keinen Kompass. Doch, hier haben wir den Kompass. Perfekt. Dann. Hä? So. Der nächste ist offensichtlich in der Mitte. Und das ist nicht gerade nah. Also die Mitte. Aber da hat sich auch jemand rüber gebaut. Ich glaube, das war er sogar. Dann würde ich lieber so rüber rennen, als jetzt noch einen extra Weg zu bauen. Weil ich habe da jetzt nicht so viel Bock drauf. Und es leben auch insgesamt noch drei Spieler. Also nicht mehr sonderlich viele. Okay. Er sieht mich, glaube ich, nicht. War da noch einer? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ne? Ja, doch. Da ist noch einer. Dann hole ich mir ihn jetzt. So. Ich möchte ihn jetzt anzünden. Okay. Zack. Ich möchte ihn verbrennen lassen. Oder ich zünde ihn irgendwie nochmal hier in der Grube an. Oh. Er ist gestorben. Schade. Ja, okay. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum der dann nur in der Ecke am Sneaken war. Aber vielleicht hatte das ja auch einen Grund. Man weiß es ja nicht, ne? So. Perfekt. Dann acht Dias haben wir sogar noch. Mit den Dias können wir auch noch irgendwas machen. Ich weiß zwar gerade nicht was. Aber bestimmt können wir dann mit noch was anfangen. Doch. Ich weiß was. Und zwar an den Helm. Den Helm machen wir uns auch noch. Dann sind wir wenigstens auch full mit Dias equipped. Und das Ganze verzaubern wir natürlich auch noch, Leute. Keine Sorge. Und Unbreaking leider nur. Ja gut. Ich meine, trotzdem ist der Helm besser als der Helm, den wir momentan anhaben. So. Und jetzt würde ich eigentlich schon sagen. Okay. Ich habe irgendwas gehört. Ein bisschen paranoid, Leute. Ähm. Jetzt würde ich eigentlich schon sagen, können wir zu den Letzten rüberrennen. Weil im Grunde wüsste ich jetzt nicht mehr, was wir machen sollen. Wir sind eigentlich soweit fertig mit dem Equipment. Also besser können wir uns kaum equippen. Und das ist dann sinnlos jetzt hier. Aber ich finde es auch wieder so schade, dass der da meint, die ganze Zeit zu campen. Ich meine, okay, wenn man halt so die Sachen holt und wenn man irgendwas holen möchte aus der Mitte, dann ist ja alles schon gut, ne. Vielleicht auch mal verzaubern. Aber er ist da jetzt schon seit zig Minuten und versucht da irgendwas zu feiern. Ich glaube, der wird da auch nicht mehr wegkommen und hat sogar wahrscheinlich Schneebälle oder ähnliches. Und wenn ich jetzt hier rüber renne, dann werde ich runtergeschossen. Er sieht mich noch nicht. Noch sieht er mich nicht. Und sieht es so aus. Ja, er hat Eier. Deswegen, das meine ich. Und jetzt muss man hier wieder extrem aufpassen. Deshalb werde ich jetzt hier so eine Wand hinter mir ziehen, dass er mich hier nicht runterdroppen kann. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Er möchte mich wohl anzünden. Oh, perfekt. Ah, er wird fast runtergeflogen. Scheiße. Okay, jetzt will er mich wieder mit den Eiern runterdroppen. Ist natürlich verständlich. Er hat einen Goldapfel. Damit kann er mich nicht runterdroppen. Nein, 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 nein. Hätte ich jetzt mal eine bessere Spitzhacke. Ich hätte mir eine bessere Spitzhacke machen sollen. Und jetzt habe ich ihn. Ich habe nämlich ein besseres Schwert. Hey, das ist ein OP-Goldapfel, oder? Ja, er wird... Nein! So ein Hund, ne? Er kämpft eiskalt in der Mitte und gewinnt da noch das Spiel. So ein Schlawiner aber auch. Ach, Mann. Eigentlich wäre es verdient gewesen, wenn wir es gewonnen hätten. Aber, naja. Er hängt da noch ein bisschen, chillt seine Basis. Und, in diesem Sinne würde ich sagen, er würde runterfallen, wie ihr seht, Leute. Aber, naja. Macht man nichts. Da macht sie nichts. Auf jeden Fall. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war es von dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like da. Und morgen gibt es auf jeden Fall wieder ein vernünftiges und schönes Gameplay. Das verspreche ich euch. Und, ja. Leute, danke schön fürs Zuschauen. Lasst einen Like da. Und, ciao. Bis zum nächsten Mal.